Nun ist es endlich wieder soweit, viel gute Laune und Heiterkeit. Das war schon gut. Wir wollen nicht übertreiben, aber wir waren schon schlechter, sagen wir mal so. Du hast doch heimlich geübt. Okay, jetzt ist es raus. Hat dich Natascha gezwungen. Morgens, mittags, abends, immer dreimal. Wundervoll, ja, ist ja auch richtig. Man will den Zuschauern ja hier auch was bieten. Und wir haben den Zuschauern wieder jede Menge zu bieten. Sie erinnern sich, ich mache ja immer darauf aufmerksam, dass wir auf Ihre Zuschriften, auf Ihre Fragen und auf Ihre Anregungen sehr, sehr gerne eingehen möchten. Ja, und wir haben hier wieder einiges von Ihnen erhalten. Und zwar aus der Schweiz. Hast du die neue Ausgabe eigentlich mit hochgebracht? Nein, habe ich nicht. Ich gehe gleich mal. Zwischendurch. Zwischendurch. Nun, wir haben tatsächlich eine Zuschrift aus der Schweiz erhalten. Und auch wenn es aus der Schweiz kommt, ich denke, das Thema, das geht uns alle an. Und zwar vom überparteilichen Komitee des Kantons Graubünden zur Wahrung von Selbstbestimmung und Souveränität der Schweiz. Wie gesagt, das Thema geht uns wirklich alle an. Ich möchte kurz vorlesen aus dem Brief, der uns erreicht hat, zusammen mit diesem Flyer hier, auf den wir später noch etwas genauer eingehen werden. Seit geraumer Zeit verhandelt die WHO in Genf über eine neue global verbindliche Regelung zur Gesundheits- und Klimamaßnahmen. Die Verhandlungsdelegation der Schweiz wird vom Bundesrat Alain Berset und von der Direktorin des BAG Anne Lévy angeführt. Künftig könnte die WHO verbindliche Maßnahmen in Gesundheits- und Klimaangelegenheiten im Alleingang erlassen. Bereits in der Corona-Krise erlebte das Schweizer Volk, dass die sogenannten Empfehlungen der WHO unkritisch übernommen wurden. Leute, die Empfehlungen der WHO öffentlich hinterfragten, wurden zu gefährlichen Staatsfeinden gemacht. Wir erinnern uns alle. Das war ja hier nicht anders. Eine unabhängige und wirksame Überprüfung dieser WHO-Empfehlungen haben sämtliche Schweizer Gerichte und das Schweizer Parlament bis heute konsequent abgelehnt. Auch das erinnert ein bisschen an Deutschland und die Zustände nach dieser Pandemie. Es wird ja nichts aufgearbeitet. Bestimmt künftig die WHO. In Zukunft soll die WHO, die zu rund 70 Prozent privat finanziert ist, unter anderem von so Leuten wie, wir kennen sie alle, noch mehr Macht bekommen. Und ihre Anforderungen sollen noch verbindlicher werden. Unter dem Regime der WHO sollen im Falle einer durch die WHO definierten Pandemie sämtliche Schweizer Staatsgewalten auf unbestimmte Zeit nur noch vollziehende Kompetenzen haben. Wie gesagt, das betrifft auch Deutschland. Hier sähe es dann nicht anders aus. Die universelle Deutungshoheit der WHO in allen Fragen der Gesundheit könnte dann nicht mehr infrage gestellt werden. Ein Mechanismus, die WHO zu kontrollieren oder die nationale Souveränität wiederherzustellen, ist nicht vorgesehen. So wird es wahrscheinlich hier auch in Deutschland sein. Weltweite Machtergreifung der WHO, muss man sich vorstellen, von einem völlig undurchsichtigen Verein. Ja, vor allen Dingen, weil ja hier immer alle auf Demokratie pochen und so weiter, absolut undemokratisch. Also das ist ja nicht mal, das ist ja, das ist ja wie gesagt eine private Veranstaltung, wenn man so will. Gefährliche Kompetenzverlagerung, weg von der Demokratie. Dieser Vorgang bewirkt eine bisher in der Schweiz nie dagewesene Kompetenzverlagerung von der Altgenossenschaft an ein nicht gewähltes internationales Gremium. Dieses Gremium ist im Gegensatz zu Bundesrat, Parlament und Gerichten keiner Kontrolle und keiner Verantwortlichkeit unterstellt. Ein Gremium aus unbekannten Technokraten würde künftig die staatlichen Aufgaben und Ausgaben der Schweiz definieren, sowie weitreichende Vorschriften für alle Bereiche der Wirtschaft, des öffentlichen und privaten Lebens erlassen. Das erinnert doch sehr stark an die Zustände, die wir hier noch vor kurzer Zeit erlebt haben. Dauerhafte Machtverschiebung. Leider wird diese Kompetenzverschiebung dauerhaften und institutionellen Charakter haben. Deshalb kann eine solche Kompetenzverlagerung konsequenterweise nur als materielle Totalrevision der Bundesverfassung qualifiziert werden, wenn nicht sogar als latente Aufhebung der Bundesverfassung. Trotzdem versucht der Bundesrat, diese weitreichenden Folgen für die Schweiz und für die gesamte Bevölkerung zu verbergen, anstatt uns, den Souveränen, frühzeitig in den politischen Diskurs mit einzubeziehen. Auch hier, deutlich Parallelen zu Deutschland, man kriegt hier ja über dieses Bestreben der WHO nichts mit. Also in den Mainstream-Medien, wenn sie die mal verfolgen, sollten sie das noch tun, kein Wort darüber. Ja, also und wenn dann eher oberflächlich und wohlwollend, wie immer. Das ist so ein bisschen ähnlich wie das Zentralbank digital, diese Währung, die da so Hinterruck so ein bisschen eingeführt werden soll. Das ist auch weitgehend ohne Öffentlichkeit. Aber dazu komme ich gleich. Jetzt noch den letzten Abschnitt. Jetzt handeln und Grundrechte für unsere Nachkommen bewahren. Wir sehen dringenden Handlungsbedarf seitens der Politik, da die Schlussabstimmung der WHO Gesundheitsversammlung über die umwälzenden Neuerungen bereits für Mai 2024 vorgesehen ist. Wir ersuchen sie deshalb, dem hier vorgestellten Projekt der WHO in den kommenden Wochen und Monaten ihre volle und kritische Aufmerksamkeit zu schenken. Denn nicht handeln wäre fatal. Stillschweigen wird als Zustimmung gewertet. Unsere Empfehlungen und welche Maßnahmen zu ergreifen sind, entnehmen sie dem beiliegenden Faltblatt. So und dieses Sie, muss man dazu sagen, das geht an, glaube ich, einen ganz illustren Kreis, wurde das versandt. Das war eine Art Mailing, persönlich zugestellt an die Bundesräte der Schweiz, National- und Ständeräte der Schweiz, Regierungsräte Graubünden, Großräte Graubünden, Medienvertreter, weitere Autoritäten. Ja, und natürlich an uns, die Presse, ich denke, wir sind da auch nicht die einzigen, die darauf aufmerksam machen. Wie gesagt, das ist jetzt zwar eine originär Schweizer Aktion, ich möchte kurz die, das merken, Minute acht. Und zwar, mehr erfahren Sie auf der Seite souverän-gr.ch, souverän mit A-E geschrieben natürlich, Umlaute kommen ja in Internetadressen nicht vor. Ja, und wie gesagt, in diesem Faltblatt steht alles Weitere drin. Ich denke, auch das ist für uns hier in Deutschland. Also das ist eine wunderbare Aufklärungskampagne. Das Schöne haben wir auch schon oft besprochen, die Schweizer haben natürlich zusätzlich das Mittel der Volksabstimmung. Ich weiß, dass da auch einiges im Busch ist, auch in dieser Richtung, was ja auch dringend notwendig ist. Während ich mir vorstellen kann, in Deutschland wird das alles, zumindest ist der Wille da, das so durchzuwinken. Hier ist es offenbar in der Schweiz auch da, aber die Schweizer haben halt die Möglichkeit, sich wahrscheinlich mit einer Volksabstimmung dagegen zu wehren. Ich weiß nicht, ob im Vorfeld wahrscheinlich muss es erstmal, muss die Macht abgegeben werden, um sie dann zurückzuholen über eine Volksabstimmung. Immerhin haben sie diese Möglichkeit und ich bin fast sicher, dass sie die auch nutzen werden. Also ich weiß, da sind verschiedene Initiativen, glaube ich, auch genau in der Richtung angedacht. Was mir aber aufgefallen ist, deswegen habe ich jetzt gerade gesagt, das ist so ein bisschen ähnlich wie diese Zentralbankgeldgeschichte, die ja auch so eine monetäre Machtergreifung ist oder eine Machterweiterung ist, der jetzigen Geldeliten oder ihr letzter Pfeil im Köcher, um dieses System noch ein paar Jahrzehnte länger aufrechterhalten zu können. Das wollen sie so durchwinken. Jetzt sind aber im nächsten Jahr sind, glaube ich, Europawahlen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass europaweit die sogenannten, wie sagt man so schön, rechtspopulistischen Parteien, europaweit das digitale Zentralbankgeld und auch diese WHO-Geschichte zu Wahlkampfthemen machen würden. Und zwar richtig flächendeckend zur Wahlkampfthemen. Und dann wird es interessant. Also dann möchte ich mal diejenigen Herrschaften, die das hier alles so ein bisschen still und heimlich durchwinken wollen, möchte ich mal dafür argumentieren sehen. Also da darf man leise, finde ich, auch an der Stelle leise durchaus hoffnungsvoll sein, dass es gar nicht so schlimm kommt, wie man jetzt befürchten muss. Also ich meine, das ist ja, das ist ja eigentlich unglaublich, so eine weltweite Machtergreifungsgeschichte. Dazu muss man ja sagen, das ist ja auch eigentlich bei jedem Thema immer das, was wir sagen. Man muss nach Amerika gucken. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Amerikaner dann noch Mitglied einer WHO sein werden, wenn die WHO die Macht ergreift und sagt, wir erteilen euch jetzt hier die Direktiven. Das werden die Amerikaner nicht mitmachen. Also vielleicht werden es irgendwelche Demokraten wollen, aber eine breitere Struktur in Amerika wird das garantiert nicht mitmachen. Die sind ja auch nicht zum Beispiel, jetzt um ein anderes Beispiel zu nennen, die sind ja auch nicht Mitglied in diesem ominösen Strafgerichtshof da in Den Haag. Die Chinesen ja auch nicht, die Russen ja auch nicht und ich weiß nicht, wie viele Länder nicht. Und andere sollen dann durchsetzen, wenn, was weiß ich, Putin zu Besuch kommt, dass er verhaftet wird inzwischen. Das ist ja absurd, während er natürlich noch nach Amerika zum Beispiel unbehelligt reisen darf. Und das wird er irgendwann machen, weil irgendwann werden natürlich Friedensverhandlungen anstehen müssen. Aber das ist eine andere Geschichte. Und irgendwann einmal wird sich ja auch die politischen Machtverhältnisse in den Vereinigten Staaten ändern. Ja, man bemerkt es ja hier und da. Also Annalena Baerbock in Texas, ja, also das macht sie nicht von ungefähr. Also das ist da, also aus dieser Handlung allein, naja, kann man ja schließen, dass sie und eigentlich auch die Bundesregierung weiß, was ihnen eigentlich blüht. Oder zumindest, dass da ja gewisse Wahrscheinlichkeiten angenommen werden, gesehen werden. Und sie sind ja jetzt auch gerade alle in Amerika, ne? Genau. Übrigens. Übrigens. Als einzige Regierung dieser Welt sind sie, glaube ich, komplett angetreten bei der UNO. Ja. Während, ich weiß nicht, alle anderen überhaupt nicht da sind, ne? Macron ist nicht mal da, die stehen sowieso nicht ihnen da. Ich weiß nicht, keiner ist eigentlich da. Ja, ich möchte. Alle haben ihre Botschafter geschickt. Und bei uns ist die komplette Bundesregierung. Und wer hört zu? Niemand. Ich möchte an dieser Stelle, weil es jetzt nämlich gerade auch so gut passt, eine andere Zuschrift beziehungsweise einen Kommentar vortragen, der unter dem letzten Dachthekenduett aufgetaucht ist. Und at Dachthekenduett. Servus, ihr beiden. Ich verfolge quasi jede Sendung von euch. Leider beeindruckt mich eine Sache jedes Mal aufs Neue negativ. Und zwar, ihr seid beide bekennende Nichtwähler. Das sehe das Thema, die Begründung zu 100 Prozent genauso. Mal was Neues. Mal was Neues. Meistens ist das so der Beginn der großen Kritik, die immer wiederkommt. Ich kann es nicht verstehen. Wie könnt ihr nur nicht wählen? Jedoch, jedoch redet ihr jedes Mal. Diesmal die ganze Sendung von Politikern, Politikwahlen, Parteien, bla, 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 bla. Was ich sagen will, durch diesen Stellenwert gebt ihr, der Polit-Schauspielerei, mehr Macht und Aufmerksamkeit, als sie es a verdient haben, hilfreich für die libertäre Sache ist und c nötig ist. Viele Grüße und danke aus Bayern. Viele herzliche Grüße zurück und danke für diesen Kommentar. Das ist natürlich eine Steilvorlage. Nun, also wie sehen wir das? Also meine erste Reaktion, muss ich dazu sagen, der Mann hat ja im Grunde recht. Der Mann hat auch im Grunde recht. Ich verstehe voll und ganz, was Sie sagen. Allerdings, ich betone es ja hier gelegentlich mal. Und wir machen das ja auch deutlich hier in dieser Sendung. Zumindest versuchen wir das. Wir beide, also hier der André Lichtschlag und ich, wir verstehen uns gewissermaßen als Kommentatoren eines Wrestling-Kampfes. Und zwar, ich rede von diesen Wrestling-Kämpfen, die Sie alle kennen, hier mit Hulk Hogan und dem Ultimate Warrior und so weiter. Oder wie jetzt heißen diese Neuen, die kenne ich alle gar nicht mehr. Aber es ist tatsächlich aus unserer Sicht eine Show. Und das, wie gesagt, das betonen wir hier ja die ganze Zeit. Wir geben dem Ganzen, also wir sehen in dem Ganzen keine wirkliche, wie soll ich sagen, wir sehen dieses ganze Schauspiel eben tatsächlich als Schauspiel. Das ist nicht real. Es ist eine Vorführung. Es ist ein Theater. Und das, denke ich mal, betonen wir dauernd und permanent. Und das ist eigentlich auch, ich sag mal, mit eine Intention dieser Sendung, unseren Zuschauern. Und das sind ja nicht nur hundertprozentige Hardcore-Libertäre. Das sind ja auch, ich sag mal, ganz andere Leute, weiß ich nicht, Leute, die eben, wie gesagt, auch zum Beispiel die AfD wählen und so weiter. Wir versuchen diesen Gedanken ja zu transportieren, dass man das alles, was man da sieht, egal wie ernsthaft das vorgetragen wird, nicht so ernst nehmen sollte. Also, das ist das, was unheimlich wichtig ist. Wir schauen auf die Politik mit viel gute Laune und Heiterkeit. Ganz genau. So unser Untertitel. Sie fragen sich ja auch immer, also die Zuschriften, die wir hier gelegentlich mal erhalten, viele unserer Zuschauer oder auch unserer Leser, ja, gehen durch diese Zeiten, die wir jetzt gerade erleben, sind, ich will es mal vorsichtig formulieren, eher missmutig, sind angespannt, ängstlich und so weiter und so fort. Und fragen sich dann oder fragen uns dann auch direkt, ja, woher nehmt ihr denn diese Zuversicht, diesen Optimismus, diese gute Laune, Heiterkeit und so weiter. Und ich glaube, ein wesentlicher Grund dafür, dass Herr Lichtschlag und auch ich weiterhin bestens gelaunt sind, ist eben der, dass wir dem Ganzen keine Bedeutung beimessen, dass wir das Ganze nicht so ernst nehmen, wie es uns präsentiert wird und dass wir ja doch davon ausgehen, dass vieles von dieser, von dieser, von dieser Show, von diesen, von diesen Ankündigungen, von diesen Androhungen so gar nicht wahr werden wird. Also ich möchte jetzt ein Beispiel geben, als man in den 80er Jahren, da hatte man das Thema, da war das Thema ja noch omnipräsent, der dritte Weltkrieg, also sprich der Kalte Krieg, der irgendwann mal heiß werden könnte, der Weltuntergang durch sauren Regen oder ich weiß nicht, damals war es noch die Klimaabkühlung oder sowas, es waren noch ganz, ganz andere Themen, das Ozonloch und so weiter und damit verbunden waren ja auch gewisse, wie soll ich sagen, Ankündigungen, Androhungen seitens der Politik und es ist ja doch relativ wenig von dem wahr geworden, also na klar, der Trend geht natürlich dahin, dass man eben solche Dinge, wie jetzt hier beispielsweise diesen WHO-Vertrag vorantreibt, aber die Frage ist tatsächlich, wird es denn glücken, wird es funktionieren? Und ich muss dazu sagen, die Zeiten jetzt gerade heute hier, die sprechen eigentlich dafür, dass wir wirklich, ja, einen so gewaltigen Umbruch erleben oder kurz davor stehen, also eigentlich denke ich schon, wir sind mittendrin und da hattest du ja gerade, du hast ja gerade schon angefangen darüber zu reden, die deutsche Delegation vor der UN-Vollversammlung und ein Kanzler Scholz, ein Bundeskanzler, ein deutscher Bundeskanzler, der vor sage und der wirklich vor leeren Rängen spricht und mahnt, das ist die ganz große Show und keiner, keiner schaut hin, keiner schaut hin, ein bisschen so die deutschen Mainstream-Medien und das war es dann aber auch. Ja, genau so die Pressekonferenz. Genau das gleiche wie die Pressekonferenz. Sieben Pressevertreter aus Deutschland, die man dann auf Englisch anspricht. Wo die deutsche Bundesregierung mal wieder der Welt erklären wollte, sollte, dass sie an ihrem Wesen genesen sollte, doch jetzt bitte mal. Ja, ja. Dummerweise will die Welt aber das gar nicht hören und da waren, ich glaube sieben, was war das, sieben Mainstream-Journalisten? Sieben Deutsche. Die auf Englisch die Fragen stellen mussten und die dann auf Englisch beantwortet wurden, ne? Genau. Herrlich. Absolut, absolut genial, das ist das, das ist auch Bestandteil der Show. Auch das sind Zeichen, ja. Das sind deutliche Zeichen, das sind nicht nur deutliche Zeichen, das ist eigentlich, also da versucht uns jemand gerade wirklich mit dem Zaunpfahl zu erschlagen, so deutlich ist das, ja, also das geht schon gar nicht deutlicher mehr. Also wie interpretiere, wie kann man das interpretieren? Ja, man hat also eine deutsche Bundesregierung, die ja hier nach außen hin, also vor uns allen immer noch versucht den Eindruck zu erwecken, alles irgendwie so mehr oder weniger im Griff zu haben. Ja und, ähm, ich bin jetzt gesund. Guck mal hier, staatlich Fachingen. Warum staatlich? Staatlich Fachingen ist der Hammer, oder? Staatlich Fachingen. Es reiht sich ja ein, es reiht sich ja wirklich ein in diese ganzen, in diese ganzen anderen merkwürdigen Vorkommnisse, wo eine Annalena Baerbock in Indien landet und vom Catering-Chef Flughafens empfangen wird. Und das sind alles sehr, sehr deutliche Zeichen, dass gerade hier in Deutschland die, ja, Zeichen auf Sturm stehen, also Zeichen auf Umbruch stehen, also dass gerade hier unsere Bundesregierung, ich weiß es nicht, so mehr oder weniger, es erscheint einem wirklich so, als würde man uns auf dem Serviertablett präsentieren. Guckt euch an, was das für Vollversager sind, guckt euch an, was das für, für Luftpumpen sind, ja, die haben nichts Substantielles mehr hinter sich. So, und, ähm. Sollte das doch jetzt auch wieder die ganz große Zelensky-Show werden in New York, ne, weißt du, wie viele da zugehört haben, das ist mir gar nicht so ganz klar, ich hab das nicht, nicht verfolgt. Das war auch schon gestern, ne, dass er eine Rede gehalten hat. Ja, ich meine, da haben dann tatsächlich, da waren dann doch mehr als vor dem Kanzler. Ich weiß jetzt, kriegen Sie schon auch hin. Weil er wird ja selten jetzt nur noch zugeschaltet, normalerweise wird er ja immer, wurde er ja jetzt zwei Jahre lang zwangszugeschaltet zu jeder Filmveranstaltung, Sportveranstaltung, hast du nicht gesehen. Und ich glaube, die Zeit ist so langsam vorbei, ne? Ja, das ist deutlich aufgefallen. Da durfte er nochmal. Da durfte er und, 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 ja, man macht ja nicht, man macht ja solche, solche Brüche nicht von heute auf morgen, das hat ja alles so seine, äh, man geht da ja schon so ein bisschen taktisch vor, ne, und dann sagt man, okay, jetzt müssen wir so ganz allmählich aufbauen. Und, ähm, man, man liest es vor allen Dingen in der englischsprachigen angelsächsischen Presse, dass die Meinungen, was jetzt eben den Ukraine-Konflikt angeht, dass die da doch jetzt, also, dass sich da der Wind doch jetzt sehr, sehr deutlich gewandelt hat. Äh, die Bild-Zeitung hierzulande versucht natürlich immer noch mit, ja, gelegentlichen Sensationsmeldungen nach dem Motto, ja, hier wurde ein ganzes Panzerbataillon der Russen platt gemacht. Da versucht man immer noch diese Hurra-Stimmung aufrechtzuerhalten, so wie es damals vermutlich auch die Wochenschau, ähm, getan hat. Also, da wurde dann jeder, ähm, russische Panzer, der dann von irgendwie, von den Deutschen erlegt worden ist, der wurde dann als große Erfolgsmeldung hochstilisiert, während sich die deutsche Armee ja schon längst auf dem Rückzug befunden hat. So, und wenn man sich die Fakten vor Augen hält, wie, ja, also ich meine, ich kenne jetzt nicht die Zahlen, aber es wurde doch in den letzten Monaten, ich weiß nicht, seit Juli geht diese, diese Offensive. Und in dieser Zeit, das ist ja erst Frühjahrsoffensive, ne? Ja, Frühjahrs, es sollte eine Frühjahrsoffensive werden. Jetzt haben wir September. Jetzt haben wir, ja gut, es war, sie ist ja tatsächlich dann erst irgendwann im Juli gestartet. Also, man hat, man hat es quasi für den Frühjahr angekündigt, dann hieß es aber, ja, wir haben noch nicht genug Waffen, wir müssen noch ein bisschen, warten und so weiter. Und dann irgendwann im Juli, man hat da keinen richtigen Zeitpunkt genannt, aber dann hieß es, ja, offenbar ist die Offensive jetzt am Laufen. Jetzt sind sie gerade dabei. Und ich sag mal, die Geländegewinne, das sagt ja sogar die Bild-Zeitung, die sind doch eher vernachlässigbar. Und das unter, ja, wie gesagt, ich kenne die Zahlen nicht, ich weiß nicht, wie groß die Opfer da tatsächlich sind. Also, da gibt es welche Zahlen, die gehen dann halt irgendwie schon beinahe in den sechsstelligen Bereich, also was, was die Opfer betrifft. Mehrere Zehntausend sollen es gewesen sein, die da an der Front gefallen oder zumindest verwundet worden sind. Ich kann das nicht einordnen, ich weiß es schlicht und ergreifend, ich weiß nicht, was da jetzt, welcher Quellen sich diese Leute, die das sagen, bedienen. Aber wie gesagt, im angelsächsischen Raum, da macht sich ja schon so, ich sag mal, die Erkenntnis breit, dass das wohl jetzt nicht zu, nicht allzu viel führen wird. Also, diese Sommeroffensive, die ja jetzt ganz allmählich auch enden wird mit dem kommenden Herbst, Schrägstrich Winter, da wird es dann wohl nicht weitergehen. Das ist, glaube ich, da sehr matschig, morastig erst mal und dann auch gefroren, dann gibt es da kein Fortkommen eine Zeit lang, das war ja im letzten Jahr auch so. Und da muss man mal schauen, weil dann steht der amerikanische Wahlkampf insbesondere vor der Tür. Und ja, also ich glaube, da auch der Widerwille der Amerikaner wird immer größer, da also jetzt weiter die Milliarden dahin zu buxieren. Ja, also da gibt es ja, ich sag mal, gerade so in den Vereinigten Staaten, da macht man ja schon, ich sag mal, von Seiten der Republikaner oder von Seiten derer, die Joe Biden nicht gerade wohlgesonnen sind. Da macht man ja schon Gebrauch von den Zahlen, die Joe Biden da, also die Zahlungen, die Joe Biden da vornimmt für die Ukraine, vergleicht die dann beispielsweise mit den Hilfsgeldern, die die Opfer der Brandkatastrophe auf Hawaii erlitten haben. Da kriegt dann irgendwie jeder Hausbesitzer 700 Dollar, während umgerechnet jeder Ukrainer irgendwie 10.000 Dollar bekommt. Also das mal so umgerechnet und ja, da ist die Stimmung schon deutlich gereizter und da ist die Stimmung auch sehr, sehr deutlich gegen diesen Krieg mittlerweile, denke ich. Und viel interessanter finde ich jetzt in den letzten Tagen, da hat jetzt auch Polen von sich reden gemacht. Die haben ja, da geht es ja vornehmlich um diesen, um diesen, dieses, dieses Getreideabkommen, also Polen, eigentlich fast der ganze Ostblock, der ganze ehemalige Ostblock, die wollen einfach kein ukrainisches Getreide haben, damit die Preise der eigenen Bauern eben nicht vernichtet werden. Die sagen halt, ja klar könnt ihr exportieren, aber bitte nach Afrika, nicht zu uns und ich meine, was jetzt, was habe ich das, das war doch gestern bei WDR 4, da hat glaube ich der polnische Außenminister angekündigt, ja, wir werden dann wohl keine Waffen mehr liefern, ja und ich weiß nicht, wer war das nochmal? Und das von den bis dato besten Freunden. Von den, ja genau, von den bis dato besten Freunden und da habe ich jetzt vorhin gerade erst so ein Bild gesehen, auch von polnischen Politikern, die da so eine symbolische Rechnung in die Kamera gehalten haben, das haben wir bisher für euch bezahlt und das waren dann irgendwie so 100 Milliarden Slotty oder 22 Milliarden Euro und das hat man denen dann so präsentiert, guck mal liebe Ukraine, das haben wir schon für euch getan, das haben wir euch schon gegeben und das ist jetzt euer Dank gewissermaßen hier. Die Ukraine hat ja angekündigt, da vor dem, vor der WTO zu klagen, ja, das geht ja gar nicht, dass die ihre Getreideprodukte nicht in diese Länder exportieren können und damit stellen sich diese Länder und das ist auch wieder so hochinteressant gegen eigentlich EU-Vorgaben, die ja sagen, natürlich dürfen die, aber die sagen, die machen da natürlich nicht, ne, also auch hier gerät einiges ins Wanken, ne. Ja. Ja. Luis, dann ist ja auch immer die Frage, dann heißt es immer, mit so und so vielen Milliarden haben wir euch geholfen. Wir haben natürlich gar nicht den Ukrainern geholfen, ne, oder der ganze West mit den ständigen Waffenlieferungen, die da Abermilliarden kosten, ne. Im Gegenteil, ja, die armen Ukrainer krepieren an der Front für irgendwelche, ja, für irgendwelche geopolitischen Machtspielchen. Die Russen auch, die armen Russen genauso. So, und wem geholfen wird, ist natürlich der ukrainischen Regierung, ne Zeit lang, aber da muss man ja immer sagen, ne, wird Zelensky wirklich anders enden als bisherige amerikanische Freunde, denen da immer so, ne, ich erinnere an Gaddafi oder an Hussein oder so einigen anderen, ne. Aber die sind ja meistens recht tragisch geendet, wenn dann, wenn sie dann fallen gelassen wurden. Es ist immer schlecht, wenn man irgendwann einmal sich von amerikanischen Waffenlieferungen abhängig gemacht hat. Das ist irgendwelche Erfüllungsgehilfen von amerikanischen Machtspielchen, das ist vielen Leuten nicht so gut bekommen in der Vergangenheit, ne. Ja, ob es jetzt mit Zelensky genauso enden wird, weiß ich nicht, möglicherweise, also da hört man, das ist auch so eine Sache, das macht ja sogar im Mainstream hier mittlerweile so ein bisschen die Runde. Das ist so ein bisschen subtile Antipropaganda, wenn man immer wieder von diesen, von diesen Korruptionsvorwürfen hört und von diesen, von diesen doch sehr einschlägigen Beispielen, dass eben aus höchsten Regierungskreisen heraus das Geld veruntreut wird und sich dann da irgendwo in Spanien die dicken Villen gebaut werden. Auch das bleibt, glaube ich, so hier und da haften, ne. Also das finde ich schon, finde ich schon, finde ich schon sehr, sehr, sehr vielsagend. Also wie gesagt, ich glaube auch die Stimmung hier in Deutschland hat sich ja mehr oder weniger gedreht, also ganz am Anfang des Konfliktes, da war man ja noch mehr oder weniger so Hurra, Krieg, auf zu den Waffen. Wie könnt ihr nur 5000 Helme liefern, liefert bitte Panzer oder so. Also da war ja schon so ein bisschen mehr Stimmung vorhanden, da jetzt sich doch etwas... Wer man da den Umfragen glaubt, aber ich glaube jetzt so neue Umfragen gibt es auch nicht, ne. Es wird einfach so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, ob jetzt das... Ja, ich glaube, das ZDF hat jetzt jüngst eine, hier der, wie nennt sich das, ZDF Politbarometer, da eine Umfrage gestartet. Da ging es dann eben auch um die Waffenlieferungen und da war das Verhältnis mehr oder weniger ausgeglichen. Also 41 Prozent waren dann eben für einen vollständigen Stopp der Waffenlieferung, 41 Prozent ist schon mal deutlich. Und es waren dann nur noch 43 Prozent für die Waffenlieferungen und 16 Prozent, die das im Prinzip jetzt nicht so interessiert hat, beziehungsweise die da jetzt keine Meinung zu hatten und ne, also da sieht man schon, okay, die Mehrheit, die sich dann halt, die ja im letzten Jahr laut Umfragen noch vorhanden gewesen sein soll, die gibt es jetzt nicht. Aber auch wieder so, ich denke, gegen die Mainstream-Propaganda, ne, immer mehr Widerstand, die Leute machen es einfach nicht mehr mit, ne. Da haben wir ja auch letzte Woche schon drüber gesprochen, die werden einfach gar nicht mehr erreicht von diesen Propagandascheulern. Ja, man tut, man tut ja auch alles dafür, ja. Man tut echt alles dafür. Und das, das, André, das fand ich ja, ich weiß nicht, ob du das so richtig mitgekriegt hast. Es hat ja jetzt zur Hessenwahl so eine, eine Kampagne gegeben von irgendwie Demokult.eV, so angeblich überparteilich. Was ist das, AfD-Nee oder was? AfD-Nee und das ist so granulier, also wirklich wieder so episch in die Hose gegangen. Es gibt doch jetzt SPD-Nee, ne? Und es, nee, nee, es gibt jetzt AfD-Ja. Ach so, und SPD-Nee, glaube ich. SPD-Ja, äh, AfD-Ja, Ampel-Nee. Ah, okay. Richtig, Ampel-Nee, AfD-Ja und AfD-Nee. Aber diese AfD-Nee-Kampagne, ne, die, also ich weiß nicht, ob sie es mitgekriegt haben, wenn sie, wenn sie Twitter haben oder, oder Telegram oder sich so in den sozialen Medien rumtreiben, da hätten sie es mitkriegen können. Also wie gesagt, so ein Verein, der von sich behauptet, für die Demokratie und bla 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 einzustehen, geführt allerdings, glaube ich, unter anderem auch von einem linken Mitglied. Jemandem, der da in der, äh, beim DGB, äh, engagiert ist, äh, angestellt ist. Ähm, also wie gesagt, da hat man dann über so Plakatmotive versucht, so eine Antistimmung zu erzeugen gegen die AfD. Nach dem Motto, ja, äh, ich wollte der AfD eins, ich wollte der AfD nun nur eins auswischen und, ähm, dann irgend so eine negative Konsequenz. Ja, ich wollte nicht so viel Migration. Dafür finde ich heute keine, äh, Azubis mehr. Ja, also um das der AfD dann so, äh, ähm, in die Schuhe zu schieben. Ja, ähm, und also, also, wie ist jetzt da die Logik? Die Logik, also, wie gesagt, diese Personen auf diesen Plakaten, das waren so, äh, ja, Figuren aus so einer Pseudo-Zukunft. Der war der meiste im Jahr 2025. So, und die Logik war, dass die, ähm, dass die Vorhaben der AfD dann zu negativen Konsequenzen führen. Das waren dann, wie gesagt, so vier, vier Plakatmotive. So, man, 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 das ist ja, das ist ja auch so ein Narrativ, das man jetzt so versucht, in den Medien zu verbreiten. Nämlich, dass sich doch die Politik der AfD vornehmlich gegen diejenigen richtet, die sie eigentlich wählen. So, und das Wunderbare an dieser Kampagne war, dass daraus dann direkt ein unheimlich kreativer Shitstorm entstanden ist, der das alles eben umgekehrt hat. Also, dann, ich sag mal so. Also, das eben auf eine viel originellere Art und Weise. Also, richtig grandios und aus ganz vielen verschiedenen Ecken und Richtungen, die das Ganze komplett umgedreht haben. Und, ähm, ich sag mal, dieselbe, dieses, dieselbe Plakatmuster dann eben auf die Ampel angewandt haben. Oder auch auf die AfD dann allerdings durchweg positiv. Und das war das Witzige. Gestern noch, da trendelte dieses AfD-Ja in den Twitter-Trends, also in diesen X-Trends, ganz weit oben. Also, von dieser Pseudo-Anti-Kampagne hat man eigentlich erst dann erfahren, nachdem man diese Pro-Kampagne gesehen hat. Die ein absoluter Selbstläufer gewesen ist. Und da muss man auch wieder sagen, da hat jemand aus der, ich sag mal, etablierten Ecke, ne, hat da versucht, irgendwas zu tun. Und es ist grandios und vollumfänglich in die Hose gegangen. Und nicht nur das, es hat das Gegenteil bewirkt. Ja, also, es wurden wieder, ich glaube, es wurde wieder eigentlich nur Stimmung für die AfD gemacht, ja. Und das ist, ah, das erfasst gerade das ganze Land. Ja, ich weiß nicht, da hat ja jetzt. Aber man kann ja noch weitergehen. Du sagst jetzt klar, das ist Stimmung für die AfD in gewisser Weise, ja. Haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Was wir aber jetzt, das Neueste, was wir jetzt feststellen, haben wir uns ja auch gestern schon mal drüber unterhalten, ist, dass so ein bisschen dieses Libertäre auch immer stärker kommt. Nämlich die grundsätzliche Politikkritik, ne, grundsätzliche Staatsmüdigkeit und Staatskritik. Und nicht nur in Argentinien, sondern immer mehr auch bei uns. Da gibt es so die verschiedensten Anzeichen. Ich habe übrigens auch heute darüber geschrieben, heute 16 Uhr, ich glaube, vor diesem Video bei uns, Freiheitsfunken Info, geht der Artikel online, genau, fällt mir gerade ein. Habe ich jetzt auch so ein bisschen versucht, so ein paar Anhaltspunkte mal zu finden, dass das tatsächlich, dass immer mehr dieses Libertäre auch so klandestin herumwabert. Dass man immer mehr spürt, dass Leute einfach grundsätzlich die Schnauze voll haben von Politik und Staat. Und das grundsätzliche Bedürfnis ist eigentlich das libertäre Credo, die Leute wollen in Ruhe gelassen werden. Die wollen endlich von den Schwachmaten in Ruhe gelassen werden. Ich glaube, das ist so ein bisschen, mit ein bisschen Glück könnte das der neue Zeitgeist sein, ohne dass die viele Libertäre das überhaupt bisher begriffen haben, dass wir da wirklich eigentlich gerade das Thema werden, also inhaltlich das Thema stellen. Das haben wir aber auch schon in der Vergangenheit beobachtet, dass eben, wie gesagt, diese libertären Gedanken, das hatten wir, glaube ich, auch letzte Woche oder vorletzte Woche schon, wo wir dann eben auch festgestellt haben, okay, selbst bei rechten, klassisch rechten Leuten, scheint sich der ein oder andere libertäre Gedanke doch irgendwo herauszuzifizieren. Soweit, dass Götz Kubitschek neue Rechte auf Sezession darüber einen Artikel geschrieben hat. Und wenn man das ein bisschen schwer geschrieben, so auch sehr lang in dieser Heideggerchen-Wortwahl, aber wenn man sich ein bisschen mal reinliest, im Prinzip sagt er, oh, nach Corona kommt auf einmal dieses Freiheitsstreben, auch bei Rechten so, die wollen alle nur noch in Ruhe gelassen werden, die wollen vom Staat in Ruhe gelassen werden. Und so geht es ja gar nicht, weil wir wollen ja hier, wir wollen ja Staat und so weiter. Ja, also im Prinzip sogar der hat Angst von der anderen Seite, dass das da wirklich so ein neuer Geist wehen könnte, selbst unter seinen Lesern und Anhängern. Ja, man beabsichtigt natürlich immer noch irgendwo hier die Machtverhältnisse umzukehren, während wir ja eigentlich diese Machtverhältnisse beseitigen wollen. Also es soll ja nicht ... Also dass das Pendel schwingt, ich glaube, das wird immer deutlicher. Wir haben das ja schon lange gesagt, merkt ja inzwischen fast jeder, dass also ganz, ganz deutlich der Zeitgeist jetzt von den Linken weggeht, weil die haben es einfach total übertrieben. Immer weiter, wie wir so oft gesagt haben, immer weiter. Der Irrsinn ging ja immer bis zur Unendlichkeit. Lange schon ist eine Gegenbewegung eingesetzt. Die Gegenbewegung wird immer deutlicher, immer stärker, überall spürbar. Die Frage ist nur, geht die jetzt wirklich von links nach rechts? Wie auch ehrlich gesagt ich so ein bisschen erwartet habe erst. Irgendwann sind wir dann die Linken wieder so ungefähr, wenn klar. Oder ist es tatsächlich mal so eine grundsätzliche Gegenbewegung, weil die Leute einfach, weil einfach auch dieses Politische so dominant war jetzt auch bei Corona und so irrsinnig war, dass die Leute vielleicht tatsächlich mal so wie nach einem Krieg, eigentlich wie die Deutschen nach einem Krieg, wo die eigentlich auch nur noch in Ruhe gelassen werden wollten von allen politischen Schwachsinnen. Wo dann auch das Politische so ein bisschen in der Adenauer Zeit so einen Biedermeier-Flair hatte, wo man eigentlich die Leute weitgehend in Ruhe gelassen hat. Das wäre schon schön. Und irgendwie liegt es in der Luft. Ja, man muss es nur noch irgendwie versuchen aufzugreifen, denke ich. Dafür sind wir ja da. Genau, dafür sind wir ja auch da. Also erstens zu betonen, dass das alles nur Zirkus ist und zweitens sie darauf aufmerksam zu machen, dass sie eben auch Wege und Mittel haben, sich dagegen aufzulehnen. Und ich sage ja immer, es fängt wirklich bei einem selbst an. Und das klingt jetzt zwar so echt dahergeschwurbelt, aber letzten Endes beginnt Freiheit in einem selbst. Also dass man sich zum Beispiel rein gedanklich erst einmal frei macht von dem Wunsch, diesem Clown-Zirkus angehören zu wollen. Ja, das ist, ich glaube, das steckt zumindest noch in sehr, sehr vielen Leuten drin. Du hast ja hier diese, es wird ja auch hier in Deutschland, in den Mainstream-Medien, wird ja immer und immer wieder dieses Wir betont. Die Gesellschaft betont, der Zusammenhalt, die Solidarität und so weiter. Das ist im Prinzip genauso, wie es in der DDR war, genauso wie es im Dritten Reich war. Es wird ein großes Wir, ein großes Konstrukt, die Gesellschaft propagiert. Ja, da hat man dann eben diese Politiker auf der einen Seite und dann natürlich auch diese ganzen Promis, die das Ganze dann irgendwie so flankieren und emotional aufladen und so weiter. Und wenn man, wenn man ein, also ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist, glaube ich, sich zu sagen so, das sind nicht meine Leute. Ich gehöre nicht dazu und das ist gut so. Ich bin ein Außenseiter. Und damit muss man dann d'accord gehen. Damit muss man dann einverstanden sein. Das muss man sich vergegenwärtigen. Man ist, wenn man so will, erst einmal alleine und man verabschiedet sich von dem ganzen Zeug, was einem da präsentiert wird und man lässt das gar nicht mehr an sich ran. Natürlich, sicher, wir sind alle von den Auswirkungen dieses Quatsches da betroffen. Ja, die Inflation kriegen wir hier auch mit, genauso wie jeder andere, der sich voll und ganz darauf einlässt. Aber es fängt so an. Also erst einmal zu sagen, gut, das ist nicht meine Show, das ist nicht mein Leben, das ist nicht meine Welt, das ist deren Welt und ich baue mir jetzt meine eigene Welt auf. Und da, sag ich mal, wird es jetzt, denke ich, in Zukunft immer mehr und mehr Leute geben, die da wahrscheinlich aufgrund der schieren Masse, die hier jetzt quasi entsteht, ja, die sich dann irgendwann auch mal auch finden werden. Und darauf muss man bauen, also sich selber erst einmal freimachen und gar nicht mehr das Bedürfnis haben, zu dieser Gesellschaft zu gehören. Das ist unheimlich wichtig, das ist eigentlich der erste Schritt, den man gehen muss. Zur Gesellschaft zu gehören? Zu dieser Gesellschaft. Ja, also zumindest diesen politischen Schauspiel dann tatsächlich zu entsagen. Ja, aber auch allem anderen, was damit verbunden ist. Also auch zu sagen, so hier, mein Gott, ich habe ja Herbert Grönemeyer immer so gefeiert oder sowas. Nee, das ist jetzt einfach jemand, den höre ich jetzt nicht mehr, weil der ist einfach so ein Botschafter dieses Systems, wenn du so willst. Und dass man dann einfach sagt, okay, ich gucke jetzt kein Fernsehen mehr, ich gucke mir das jetzt nicht. Macht ja auch schon fast jeder. Ich weiß nicht, wie alt ist das durchschnittliche Fernsehpublikum heutzutage? Wahrscheinlich 70 bis 80. Also es gibt immer noch genug, die hier diesen Tatort gucken. Das kriege ich immer mit. Also auch in meiner Facebook-Bubble gucken immer noch sehr viele Leute den Tatort und wundern sich dann, oh mein Gott, was war das denn für Bock? Ja gut, Facebook ist ja auch so ähnlich wie öffentlich-rechtliches Fernsehen in der Altersstruktur. Stimmt schon, stimmt. Wobei, ja gut, ja, hast ja recht. Ja, ja, ja. Ich glaube, die Jugend trifft sich heute auf Discord oder sowas oder bei Insta. Irgendwo all das, was wir nicht kennen. Ja, wir sind ja auch schon etwas fortgeschritten im Einen. Ehrlich gesagt, das hat mir ja noch keiner so richtig erklären können. Was ist dieses Discord überhaupt? Das ist doch irgendwie ganz kompliziert mit einwählen und hast nicht gesehen. Ich glaube, wir fragen den Sascha mal, ob der uns da so einen Zugang verschafft. Ich habe sogar einen Discord-Account, weil ich habe hier und da schon mal irgendwelche online. Ja, aber das ist, glaube ich, anders als jetzt so in anderen sozialen Netzwerken. Das ist eben nicht so einfach. Du hast einen Account und ich glaube, so einfach geht es eben nicht. Du hast einen Account und du kannst dann irgendwie auch in verschiedenen Gruppen Mitglied sein. Ja, da wird es nämlich dann sehr mysteriös. Da habe ich nie sogar verstanden. Ja, also ich glaube, da wird dann, ach, da müssen wir in die Wirtschaft fragen. Also vielleicht kann ja Sascha demnächst mal hier auftreten und sagen, so das ist Discord und das sind die Vorteile und das sind die Unterschiede und so weiter. Ich weiß es auch nicht, ich habe mich auch noch nicht so herangetraut, muss ich sagen. Also ich benutze es noch nicht. So und apropos Öffentlich-Rechtlicher, das fand ich ja, hast du den Film gesehen? Wir bekommen ja immer noch Faxe, fällt mir gerade ein. Aber selten. Aber ganz selten jetzt nur noch. Ganz, ganz selten. Aber ich sage mal, von Leuten, die das Abo kündigen, weil sie zu alt sind. Hat mich nämlich neulich, jetzt weiß ich gar nicht, ob es unsere jüngere oder ältere Tochter war, die haben mich tatsächlich gefragt, was ist Fax, Papa? Ja, das bekommen wir, das bekommen wir immer noch. Wow. Aber als PDF, ne? Nee, als Fax. Früher haben wir so Buchhandlungen kamen, also mit Fax, aber auch nicht mehr richtig, ne? Also inzwischen ist das irgendwie so eine Art Werbeleute. Pass auf, nee, nee, wir bekommen tatsächlich, du hast, ich weiß nicht hier, EF hat wohl irgendeinen, irgendjemand ist da so zwischengeschaltet. Also wenn uns jemand einen Fax schickt, dann kriegen wir das. Achso, dann kriegen wir das, ja, das ist einfach das System, weil das irgendwie über elektronisch da umgewandelt wird. Richtig, richtig. Aber es wird wohl offenbar abgeschickt, noch richtig so, so handschriftlich auf Zettel geschrieben. Ja, herrlich. Ja, sogar Buchbestellungen. Wir kommen aus der Zeit. Ja, ja, wir haben das alles noch miterlebt. Aber Sie ja wahrscheinlich auch, wir kennen ja die Struktur unseres Publikums. Der eine oder andere von Ihnen, für den ein oder anderen von Ihnen war das Faxgerät auch mal eine Neuigkeit, ne? Also als ich geboren worden bin, gab es das, glaube ich, schon, seit wann gibt es das eigentlich schon Ewigkeiten, ne? Fax? Fax, ja. Gute Frage. Ich würde so tippen, Anfang 80er, oder? Oder noch älter? Irgendwann vor. Kann sein. BTX gab es damals doch schon. Fax gab es doch wohl vor BTX, ne? Das war aber danach, glaube ich, ne? Oder war das nicht, ne, Fax war, glaube ich, nach BTX. Soll ich mal gucken? BTX ist ja schon so richtig digital. Ja, ja. Während Fax ja an sich, das war, glaube ich, nicht digital, ne? In dem Sinne nicht digital. Nee, ich gucke jetzt gerade mal, weil es mich interessiert. Das ist ja praktisch ein Fernkopierer. Wann, ja? Das war ein Fernkopierer, ja, muss man sich vorstellen. Wann wurde das Fax erfunden? Oh, schon 1924. Nein. Ernst Alexanderson schaffte es mithilfe seines Alternators 1924 zum ersten Mal, ein Brief aus den USA zu seinem Vater nach Schweden zu faxen. Nein. Steht hier. Aber wann gab es denn so richtig als Massenprodukt Faxgeräte in jedem Büro? 1966 brachte die Xerox Corporation in den USA mit dem Magna-Fax-Telekopierer das erste allgemein verwendbare Gerät auf den Markt. Erste Geräte in Deutschland finden sich in den 1970er Jahren, damals noch unter der Bezeichnung Fernkopierer. Siehst du? Und pass auf, erste Geräte in den 70ern. Und wirklich so, ich glaube, so Anfang 80er, meine ich, hat sich das so richtig durchgesetzt. Ja, stimmt, weil ich, gut, Anfang 80er war ich ja auch noch in der Schule, aber. Ja, wie dem auch sei, ich wollte ja eigentlich auf dieses, wo wir gerade beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk waren, hast du diesen Film gesehen, wie gefährlich sind Libertäre? Nein, leider immer noch nicht, muss ich aber noch sehen. Auch so ein Zeichen. Das sollten Sie sich, Minute 44, warte mal, da liegt der Stift, Augenblick. 44 kann man sich ja merken. Ja, 44, ich muss aber 8, Minute 8 und Minute 44, das wollte ich mir noch mal kurz notiert haben. Also, das sollten Sie sich angucken, wir werden das verlinken und zwar, wie gefährlich sind Libertäre? So ein Beitrag bei YouTube von Funk. Funk ist ja diese von Ihren und unseren Gebührengeldern bezahlte Internetgeschichte. Ja, diese Funkgeschichte, das ist halt hier das Dach und unter diesem Dach verbergen sich dann halt ganz viele unterschiedliche Formate. Finanziert aber von GEZ, von ARD und ZDF. Ganz genau, also nur schlappe 18 Euro irgendwas im Monat. Und, ja, wie gesagt, das war auch so ein Erklärbär-Video. Was sind Libertäre und was macht sie aus? Und ich habe mir dieses 20-minütige Machwerk angeguckt und selbstverständlich irgendwo oberflächlich betrachtet, wurde natürlich Kritik laut und es ist diese übliche, alles ganz böse, aber, aber, eigentlich, eigentlich, und das fand ich, das fand ich dann hochinteressant, im Prinzip wurde der Libertarismus so schon doch recht wirklichkeitsnah beschrieben. Ja, und die Probleme, die dann eben durch eine Verwirklichung, durch die Verwirklichung einer libertären Welt entstehen könnten, die wurden leider Gottes so typisch, öffentlich-rechtlich, oberlehrerhaft, sozialistisch, naja, und damit mangelhaft beschrieben. Also, das heißt, ähm, jetzt aber nicht, wer baut die Straßen. Wer baut die Straßen, doch, auch. Ehrlich? Ja, ich glaube, nein, 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 es ging grundsätzlich darum, also, ich glaube, das Hauptaugenmerk lag darauf, dass das ja eine Ideologie ist, die ja nur für Reiche da ist, ja, also, wer reich ist, der kann dann in eine Privatstadt ziehen, wer reich ist, der muss sich ja auch über seine soziale Absicherung keine Gedanken machen, und wer reich ist, ja, der braucht diese Solidargemeinschaft ja gar nicht und so weiter, also, es ging eigentlich, eigentlich war das so ein Beitrag, die Bösen reichen, nichtsdestotrotz ist, also, ich habe es mir angeguckt, und ich habe am Ende dann wirklich gedacht, also, da war jetzt nichts Substantielles, was wirklich gegen den Libertarismus gesprochen hat, wirklich nichts, also, da war diese, diese, diese ekelhafte Betonung dieser Person, die das da vorgetragen hat, so eine junge Frau, also, oberlehrerhafter ging es fast gar nicht mehr, also, dagegen. Also, dass es überhaupt Thema ist, das ist ja, das ist ja das Interessante, ne? Das hat mich, das hat mich auch absolut fasziniert, weil der, der Sascha Koll, der hat nämlich sich die Kommentare unter diesem YouTube-Beitrag angeguckt. Ach, ich glaube, der hat heute auch einen Artikel dazu, ne? Ganz genau, richtig, Sascha Koll veröffentlicht dazu heute auch einen Artikel, ist auch auf den Freiheitspunkt erschienen, allerdings schon um zwölf, ne? Ja, genau. So, und da hat er halt zu verstehen gegeben, ähm, ja, die Kommentare waren dann wohl doch durchweg positiv, nach dem Motto, davon habe ich ja noch nie gehört. Was ist das denn, was ist das denn? Ja, direkt, direkt mal lesen, ne? Also, direkt mal gucken, was ist das denn? Ja, das macht doch eigentlich Sinn, so, ne? Also, wie gesagt, also, klar, die üblichen Verdächtigen haben natürlich hier ihre alten Vorurteile wieder, wieder bedient gesehen. Und müssen wir die eigentlich im Titel heute erwähnen, müssen wir schon, ne? Funk, Funk macht Werbung für Libertäre oder sowas? Ja, das wäre doch auch ein Titel. Ne? Ja, ja. Oder? Wobei, warte, lass mal, lass mal nachdenken, lass mal nachdenken. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Gerade die Titel, in denen Namen... Ah, wir müssen Namen, ja, ja, ja. Wir müssen Namen, haben wir jetzt heute über jemanden irgendwie besonders gelästert? Nee, ne? Scheiße, haben wir wieder nur hier... Wie heißt denn die Funk-Tante, aber die kennt keiner, ne? Nee, die kennt keiner. Also, wenn du das dann, wenn du das dann verlinkst, da wird keiner drauf, drauf anspringen. Ja, wir haben über Scholz gesprochen bei der UNO. Ja. Baerbock, Baerbock in Texas. Ja, aber das haben wir ja nur so, das war ja nur so am Rande. Also, ich glaube, daraus hättest du einen Titel zu machen, ich weiß es nicht, ist eher so deutscher... Abgesang oder so, halt, keine Ahnung, müssen wir mal drüber nachdenken. Müssen wir doch noch mal in uns gehen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Heino könnten wir natürlich nehmen. Heino! Heino, ja, Heino ist genial. Heino und das neue Normal oder sowas, keine Ahnung. Heino gendert nicht, hat er uns gesagt. Heino gendert nicht und ich kann ihn leider nicht zitieren aufgrund der YouTube-Community-Richtlinien, die dieses Video dann vermutlich demonetarisieren würden, wenn wir ihn wörtlich zitieren würden. Denn er hat gesagt, diesen ganzen Gender-Figuren hat man ja ins Gehirn gesch... Heino statt Grönemeyer. Heino, Heino statt Grönemeyer. Und wirklich meine ich das jetzt, das ist nämlich das Interessante, weil wir haben ja immer gesagt, diese ganze Clown-Welt wird fallen, wenn sich diese Kulturschaffenden breiter auf die andere Seite schlagen. Das war ja immer so die Frage und ich meine auch da, also Heino ist jetzt auch wieder einer. Heino ist wieder einer, wir hatten doch mal vor einiger Zeit, hat man auch gesagt, das war so ganz komisch, Westernhagen, der war in irgendeiner Sendung und war auf einmal nicht mehr so allglatt, wie er früher war. Ja. Und also so manche Leute wagen sich vor, gut, Heino hat nichts mehr zu verlieren, der ist jetzt auch schon zwei Jahre älter als wir. Aber ja, ich glaube, da kommt noch was. Also wenn das noch deutlicher wird, dass solche Leute sagen hier, nee, der reicht es. Ja, ja, ja. Oder in Heinos Worten, die wir nicht zitieren dürfen. Heino statt Grönemeyer. Heino statt Grönemeyer. Jetzt haben wir einen Titel. Heino statt Grönemeyer und Funk für die Libertären. Ja. Libertäre Propaganda bei Funk. Und Libertäre Propaganda bei Funk. Genau. Und auch noch Libertäre Propaganda bei Funk. Nee, Heino statt Grönemeyer, Doppelpunkt, Libertäre Propaganda bei Funk, Fragezeichen. Sollen wir das jetzt immer machen, dass wir hier so ein bisschen uns über den Titel der Sendung... Ja, weil, Sie müssen sich das vorstellen, Sie glauben das gar nicht. Wir gehen nach dieser Sendung runter und die erste Frage, die wir uns stellen, war, worüber haben wir uns unterhalten? Ja, wie heißt das Ding? Also, das ist wirklich, wir wissen es dann nicht mehr, also das wurde dann alles rausgelassen, das ist alles im Kopf gewesen und das ist dann, ja, es ist dann alles weg und puff und ja, worüber haben wir gesprochen und ja, wie könnte das Thema in dieser Sendung lauten? Das ist echt harte Arbeit, glauben Sie mir, das ist nicht so einfach, ja. Aber jetzt recht, Grönemeyer war ja auch nochmal in der Presse, weil der doch bei den Friday-Fuzzis da erträgt. Ja, der ist da, der hat sich da wieder, meine Güte... Aber der müsste doch fast ähnliches Alter wie Heino haben, ne? Ne, ne, ne. Ist ja noch nicht ganz so alt. Ne, der ist noch nicht ganz so alt. Der, der, Heino ist ja schon jenseits der 80... Im Kopf ist aber noch älter. Heino, Heino ist... Heino ist jung geblieben im Kopf. Heino ist jung geblieben, Grönemeyer ist so rein alterstechnisch aber deutlich älter als Heino und kommt eben auch aus dieser Zeit so rein mental. Total, ne, das merkt man also deutlich, ne, also Grönemeyer, weiß ich, wie alt ist der, der ist jetzt wahrscheinlich so 70, schätze ich mal, so um die 70 herum dürfte der sein. Ja, ja, kommt hin. Und, äh... Aber Heino ist jetzt der Revoluzzer. Ja, das ist... Vorbote der neuen Zeit. Ja, aber das... Grönemeyer nicht. Ne, ne, aber wie gesagt, ne, ich meine, früher hat man sich ja noch so ne, über Heino lustig gemacht, über seine Volkslieder und so weiter, seine Gesänge und so weiter. Der war ja zu meiner Zeit in den 80er Jahren, das Thema hatten wir ja auch, äh, Humor in den 80er Jahren, das war ja die Spottfigur, ne. Ja, ja. So, und Heino, allein der Begriff, allein der Name, das war ja Synonym für, für einen Deppen oder sowas, ne, bist du für einen Heino oder sowas, ne, keine Ahnung. So, und jetzt, jetzt erstrahlt dieser Mann in vollkommen neuem Licht und, äh, er ist eigentlich so der Bote einer, einer Freiheit, die wir tatsächlich in der Vergangenheit mal hatten. Ja, ja. Also da hat man sich dann wirklich tief innerlich gegen diesen, diesen Mief der 50er Jahre gestellt und gegen diese alten Strukturen, die ja immer noch Bestand hatten. Ja, ja, ja. Und jetzt ist es so übergriffig und zwar in jederlei Hinsicht, ne. Ich erinnere an diesen warmen Tag. Und jetzt ist wieder die Zeit für Opposition dagegen, ne, wie wir das auch eben beschrieben haben, bei diesem AfD, ne, die Antikampagnen sind doch viel origineller, ne. Also der Zeitgeist dagegen ist, ist, ist doch ganz, der hat doch alles für sich, hat den Humor für sich, die Frische für sich. Und nicht nur das, er ist nicht nur origineller, er ist vor allen Dingen organischer. Ja. Das ist das Krasse. Also das hat mich ja wirklich absolut überrascht, ne. Ich meine, ich hab, ich hab im Montag in meinem Wochenstart, hab ich darüber ja schon berichtet, die Kampagne, die war keine, also die, die AfD-Näh-Kampagne, die war keine fünf Minuten online. Nein, ich glaube, ja richtig, Sousan Schäbli hat, die beste, Sousan Schäbli hat nämlich auf ihrem X-Account darauf aufmerksam gemacht und meinte, ja, beste Kampagne ever, AfD-Näh. So, und ich hab, es hat keine fünf Minuten, keine fünf Minuten gedauert, da gab's schon eine Gegenkampagne. Und das hat sich jetzt die ganze Woche durchgezogen, das siehst du dann, wie gesagt, bei Facebook, bei X, alles ist voll davon, mit irgendwelchen Memes von irgendwelchen Leuten aus allen verschiedenen Richtungen. Ja, da gibt's, ich glaube, es hat sich sogar ein AfD-Näh-Account gebildet, also jemand hat einen AfD-Näh-Account angelegt und nichtsdestotrotz, es kommt aus allen Ecken und Enden und du hast jetzt hier diese, diese vier Startplakate von der AfD-Näh-Kampagne, denen stehen jetzt irgendwie, ich weiß nicht, 30, 40, 50, sehr viral gehende Gegenentwürfe gegenüber und das ist nicht staatlich gelenkt. Das ist, wie gesagt, da gibt es keinen Verein, keine Organisation, keine staatsnahe Organisation, die dahinter steht, nein, das sind die Leute selber, die wirklich den, hier, die haben's bis hierhin und dann gib ihm, ne, gib ihm Feuer und halte dagegen. Und du siehst halt auch, AfD-Näh war nie in den Trends, kein einziges Mal, ja, so und stattdessen die Gegenkampagne, aber mit was für einer Wucht und das, da merkst du halt, okay, es hat sich was gewandelt. Und deswegen, ja, dazu passend auch das Heft von Eigentümlich Frei, das Neue, was wir jetzt nicht hier liegen haben. Wir haben es vergessen. Wir haben es vergessen, wir beschreiben es mal eben, es ist der Mann mit der Kettensäge, unser aller Held. Haben Sie das gesehen? Der Präsidentschaftskandidat in Argentinien, seines Zeichens laut eigener Aussage Anarchokapitalist, tritt ja mit Kettensägen gerne auf. Also, ey, wirklich herrlich, ne? Auf so einem LKW, nur junge Leute drumrum und dann so eine richtig, so eine Diesel-Kettensäge. So ein richtig, richtig dickes Ding. Und er, der Präsidentschaftskandidat, ja, und das heißt eben hier, Axt am Start ansetzen. Er hat ja auch gesagt, Zentralbank sollte man in Luft sprengen, aber nicht nur, nicht nur als Bild gesprochen, sondern er meint, nee, die sollten wir tatsächlich die Bank selber wirklich mit sprechen. Sprengstoff in die Luft sprengen. Braucht kein Mensch, ne? Das ist mal Präsidentschaftskandidat, würde ich sagen. Ja, ich glaube, der polarisiert. Ja, der ist gut. Ja, also, es ist... Der Mann ist auf dem Cover und auch dazu haben wir schöne Geschichten im neuen Heft bei Eigentümmig frei. Sollten Sie sich nicht entgehen lassen, auch wenn wir das Heft hier gerade nicht zeigen können. Nächste Woche. Jetzt gerade erschienen können Sie jetzt bestellen. Genau, liegt hier schon unten im Büro, ne? Übrigens, apropos bestellen, wir machen ja hier dauernd schamlose Werbung für unsere richtig guten Produkte. Ja, Haarpflege, ef-magazin.de querstrich Haarpflege. Das Badöl, das Shampoo und das Rasierwasser. Rasierwasser, jeden Morgen von mir gerne benutzt. Und von dem Bier ist, glaube ich, nichts mehr da oder nur noch wenig. Wir wollten es ja eigentlich nicht erwähnen, weil ja so wenig da ist. Ach ja. Ist raus. Haben Sie jetzt nicht gehört. Haben Sie nicht gehört, vergessen Sie es einfach. Aber apropos schamlose Werbung und Produkte. Die Uta Ogewi, ich hatte es dir gesagt, hat mich ja explizit angesprochen auf genau dieses Thema. Ach so, Produkte für die Dame. Produkte für die Dame, wir sind ja jetzt gewissermaßen so mehr auf den. Hundertüte für den Herrn, Produkte für die Dame. Ja, wir sind ja jetzt bis jetzt erst so auf den Herren ausgerichtet. Also wie gesagt, Haarpflegeprodukte, also gut, das Shampoo könnte notfalls auch eine Frau benutzen. Ich glaube, da passiert nichts oder passiert eine Menge. Man kriegt tolles Haar, ja. Also wie gesagt, das Shampoo können durchaus auch Frauen erwerben. Aber jetzt die große Frage. Gibt es unter Ihnen vielleicht irgendwelche Leute, die, weiß ich nicht, Handtaschen produzieren? Wäre das eine Idee, eine EF-Handtasche für die Dame? EF-Handtasche für die Dame. Ja, wir überlegen ja oder irgendwas anderes. Lippenstift? Lippenstift oder vielleicht auch Kleidung. Gibt es einen libertären Schneider unter Ihnen, der explizit libertäre Damenkleidung produzieren könnte? Ich finde, ich finde das gut, das hat was. Also, dass man eben, dass wir gewissermaßen unter unserem Label Unternehmen gewissermaßen bewerben, die der Idee der Freiheit eben. Was ist eigentlich mit deinem Freund, dem Hawaii-Shirt-Produzenten? Kann der nicht mal eine extra Auflage machen? Ja, der ist nur Importeur. Also, der importiert ja tatsächlich aus Hawaii. Die Hemden kommen daher. Und ich weiß nicht, da müsste man die Leute auf Hawaii fragen, ob die nicht ein EF-Motiv produzieren können. Gibt es zufällig einen Shirt-Produzenten auf Hawaii, der mal ein EF-Motiv herausbringen könnte? Wobei ich finde, die Biermotive sind da schon ganz okay. Also, das passt schon. Also, grundsätzlich, man sollte als libertärer Hawaii im Drang, ich trage heute keinen, ich weiß, es ist aber draußen auch nicht das Wetter dafür. Also, Klimakrise lässt ja gerade wieder spürbar nach. Aber wie gesagt, falls Sie Ideen haben oder uns diesbezüglich weiterhelfen könnten, libertäre Damenprodukte an die Dame zu bringen, ja, dann her mit Ihren Zuschriften. Sie wissen Bescheid. Und ja, zu guter Letzt, das Zeitfenster schließt sich ganz allmählich für die eigentümlich-freikonferenz. Sind nur noch wenige Plätze frei? Es sind noch ein paar da, aber... Ich hab meine Brille nicht mit, du musst es vorlesen. Nur noch wenige Plätze frei stehen. Nein, ich dachte jetzt so, was Sie da erwartet. Ach so, ja, das ist wieder so umfangreich. Das ist, ich glaube, das Blenden lassen wir wieder einblenden. Und zwar... EF-Magazin.de-Konferenz, da finden Sie Informationen. Und vielleicht blenden wir noch was ein. In Minute, eine Stunde. Ja. Ja, da sieht man halt die ganzen Namen derer, die da bei uns bei der eigentümlich-freikonferenz auftreten werden. Ja. Da würden wir uns dann nämlich wiedersehen. Ja. Da würden Sie uns dann auch mal live erleben. Auf Usedom. Und wir könnten zusammen Bier trinken bis zum Umfallen. Und das machen wir immer. Und nicht nur Bier. Es gibt den Cocktail-Abend, es gibt den Whisky-Abend. Gibt es auch wieder... Es gibt wahrscheinlich auch, oh, da muss ich noch abklären, den Schweden-Punsch. Den beliebten Schweden-Punsch. Am Strand. Am Strand, ich hoffe. Müssen wir noch abklären. Müssen wir noch, müssen wir noch. Unbedingt. Ja, also wie gesagt, es ist ein... Lassen Sie sich das nicht entgehen. Nee, es ist ein Gelage seiner gleichen. Und gleichzeitig aber auch eine wirklich anstrengende und hochkarätigst besetzte Konferenz. Ja, kann man so sagen. Kann man so sagen. Mit circa 20 Reden. Und Diskussionsrunden. Und Abendveranstaltungen. Und Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Kuchen. Noch und nöcher. Ja, Kuchen, ne? Also Sie sollten vielleicht eine einwöchige Diät vorschalten und eine einwöchige Diät danach einplanen. Mindestens. Sonst sehen Sie bald so aus wie wir. Ja, genau. Ich mache aber jetzt ja schon Sport. Habe ich dir erzählt. Ja, ja, sehr gut. Heute gehe ich wieder ins Fitnessstudio. Ich habe einen Hund. Die Eisen bewegen. Sehr schön. Ja, ich komme ja auch in so ein Alter, da muss man jetzt langsam mal darauf achten, so fit zu bleiben. Und ich habe ja echt die letzten Jahre gar nichts mehr gemacht. Wobei, hat man so kleine Kinder, weißt du, die trägst du auch die ganze Zeit durch die Gegend. Also da bleibt man dann doch irgendwie fit. Aber die werden jetzt ja auch immer größer. Die muss ich jetzt nicht mehr tragen. Die können selber laufen. Ja. So, ja, so, war mal wieder eine. Hat Spaß gemacht. Hat wieder Spaß gemacht. Ich wette, wir haben wieder was vergessen. Ja. Ja. In diesem Sinne. Und zwar das, was wir beim letzten Mal schon vergessen haben, fällt mir gerade ein. Da war irgendeine Zuschrift von einem Leser. Da war eine Zuschrift. Müssen wir jetzt ganz tief graben fürs nächste Mal. Naja, okay, wir kommen darauf zurück. Ja, Cliffhanger. Cliffhanger. Nächste Sendung in diesem Sinne. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Woche. Alles Gute und Tschüss. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe Schnupper oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.